Am Wochenende besprachen Chinas höchste Mitglieder der Kommunistischen Partei ihre Richtlinien während der jährlichen Konferenz in Peking. Seitgleich im unabhängig regierten Hongkong eine sehr andere Kundgebung. Hongkongs Einwohner versammelten sich am Sonntag. Sie unterstützten die 90 Millionen Menschen, die öffentlich ihre Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas, kurz KPC, gekündigt hatten. Es ist eine Bewegung, die vor mehr als sechs Jahren begann. 2004 publizierte die chinesische Ausgabe der Zeitung «The Epoch Times» einen Leitartikel mit dem Titel «Neun Kommentare über die Kommunistische Partei». Der Artikel stellt eine genaue Analyse der KPC dar, inklusive deren Verbrechen gegenüber dem chinesischen Volk. Schon bald darauf gab es die ersten Austritte aus der Partei und ihren angegliederten Organisationen. Diese Bewegung wurde unter dem Begriff «Tui Dang» bekannt, was so viel wie «Austreten aus der Partei», der KPC, bedeutet. Am Sonntag sprachen Hongkonger Politiker ihre Unterstützung aus, all jenen, welche teilnahmen. 90 Millionen Menschen sind aus der Kommunistischen Partei ausgetreten. Dies repräsentiert ein kollektives Gewissen. Es bedeutet, dass viele Chinesen noch ein Gewissen haben und den Willen, sich von diesem sündhaften Regime zurückzuziehen. Organisiert vom im New York ansässigen globalen Servicezentrum für den Austritt aus der KPC, unterscheidet sich die «Tui Dang»-Bewegung von den meisten anderen politischen Bewegungen. Sie ruft einfach das chinesische Volk auf, sich für das eigene Wohl von der KPC moralisch oder geistig zu distanzieren. Daher dürfen alle, welche zurzeit nicht KPC-Mitglieder sind, daran teilnehmen. Mit der grösseren politischen Freiheit wurde Hongkong für Touristen aus China zu einem Ort, wo man Informationen erhält, die von der KPC unterdrückt werden, wie die «Tui Dang»-Bewegung. Namhafte Persönlichkeiten, die öffentlich jegliche Verbindungen zur KPC lösen, sind zum Beispiel der Menschenrechtsanwalt Gao Zhisheng und der ehemalige Olympiasieger Huang Xiaoming.